4. Akt Die Wellen der Finsternis 4. Akt Die Wellen der Finsternis 5. St 감 Sp john Thorn 5. Strim 6. Strim 6. Wohmi 7. Strim 7. Strim 8. Strim 8. Strim 11. Strim 11. Strim 7. Strim 10. Strim 11. Strim Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum nächsten Part und das Grabmal des Zageras. Ja, es sieht jetzt wohl aus, dass wir verraten wurden und ja, müssen wir den halt irgendwie mal aufhalten. Man hat ja gerade schon im kleinen Video einen Dämonen gesehen. Einen kleinen Moment. Gut, so wir starten hier also. Okay, da haben wir ein paar Schichten. Schauen wir uns mit denen mal um. Da haben wir noch einen Zeppelin. Ähm, da unten haben wir schon mal einen Gegner. Füllen wir mal ein Landungsboot. Da haben wir noch Demolierer. Die dämmlichste Klasse, wie ich finde. Die bringen mir nämlich einfach gar nichts. Da haben wir schön ein paar Katapulte und Krams, nämlich die zwei noch da mit rein. Ah, gibt nur noch einer, okay. Ähm, kriegt das Ding? Ja, sehr schön. Hat der Zerstörer noch treffen können? Das scheint nur eine kleine Insel zu sein. Ich brauche aber irgendwo eine Goldmine, dass wir uns da natürlich, ähm, erstmal eine Basis aufbauen können. Mach den auch mal weg. Spart mal sich so ein bisschen die ganzen Sachen. Ah, da haben wir noch mehr Orcs. Gehen wir mal dahin mit unserer Fähre. Und was sagt der Zeppelin? Goldmine, perfekt. Das ist unsere Landungsinsel. Da müssen wir jetzt auch hin. So, ausladen. So, kommt da denn einer? Ne, ist noch keiner. Jetzt kommt er. Zack, 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 zack. Und übernehmt das Ganze mal hier. Zycrans sind natürlich kein Gegner. So, und dann schicken wir mal die Pians darüber. Ja, kommt her. Eindert euch. Einmal da rüber. Ach, verdammt. Du solltest da auch noch da rein. Sehr schön. So, und dann laden wir hier einen aus. Da haben wir nämlich eine ganz schöne, ganz schöne Holzsammelaktion, die wir hier noch betreiben werden. Hauen wir da auf direkt ein Sägewerk hin. So, der kommt wieder rüber, dass wir die anderen Einheiten dann noch zu uns holen können. Dann haben wir da alle raus. Ich werde wahrscheinlich mal gucken, dass ich als allererstes hier für uns eine Marine aufbaue. Denn ich denke, da das hier so ein Inselspiel ist, werde ich gucken müssen, dass ich eben durch meine Einheiten da ein bisschen was gewinnen veranschlage. Wir dürfen schon mal Gold holen. Der ist fast fertig. So, dann bringen wir mal die Katapulte und alles rüber. So, die Randalierer, die parke ich irgendwo mal da unten. Ich weiß nicht, ob das so wirklich eine schöne Klasse ist. Ich kann mit denen einfach nicht spielen. So, der hat alles. Dann lassen wir den auch direkt Holz sammeln. Und hier laden wir die anderen aus. Die normalen Einheiten setze ich mal ein bisschen zurück. Und die Katapulte platziere ich hier vorne. Ich ziehe noch ein Zeppelin hier. So, dass wir den Eingang hier auf jeden Fall mal zumachen. Und wenn da was kommen sollte, dann würden die Katapulte und alles erstmal ihr Werk tun. So. Ähm. Ja, da drüben sollen wir nicht angegriffen werden. Die sind beide leer. Da stehen die ganz normalen Einheiten. Müssen wir warten, bis das Haupthaus fertig ist. Dann beginnt die Peenproduktion. Und wir müssen ganz ruhig gucken, dass wir da zur Marine kommen. Bauen wir direkt einen Hafen. Und ja, jetzt müssen wir halt ein bisschen warten, bis wir genügend Geld haben. Ich sehe gerade, ich glaube das Tempo ist ein bisschen... Ah, ja, das Tempo ist nicht komplett oben. Das erklärt einiges. So, wir haben auch nur 1000 Öl. Ah, da ist schon direkt eine Öllage. Perfekt. Müssen wir dann nur auch halten können. Dann haben wir einen zweiten Zeppelin. Dann gehen wir da hin. So, und dann Peens produzieren. Dass wir hier die Eco in Schwung kriegen. So, nächster. Und ich bräuchte jetzt eine Ölraffinerie, beziehungsweise auch erstmal einen Öltanker. Dann werde ich gleich Holz benötigen. Zu wenig Gold. Um mir den Bohrturm zu holen. 700 Gold. Ja, ein bisschen mehr. Der ist da unten ordentlich am Abfarmen. Ja, da ist auch nicht so viel Wald. Aber schon müssen wir uns ein bisschen beeilen hier. Gold sammeln los. So, und der nächste geht erstmal einen Ölturm bauen. So, die Produktion in Schwung kriegen. Das heißt aber auch, dass ich die hier beschützen muss. Jetzt wiederum heißt es, dass ich die Zeppeline hier ein klein wenig verteilen muss. Dann haben wir noch einen Öltanker, noch einen Peen. Und die ersten... Updates bräuchte ich. Nächster. So. Es ist fast fertig. Du auch noch. So, können die mal ordentlich schnell befüllt werden. Snornpeen. Und holen uns jetzt mal die Gießerei. Beziehungsweise Quatsch, wir holen uns jetzt die Ölraffinerie. Können sie da nicht bauen. Natürlich kann ich das da bauen. So, und dann holen wir uns noch die Gießerei. Okay. So. Das Haupthaus müsste ich doch mittlerweile auch mal verbessern können. Ich glaube, dazu fehlt mir noch eine Schmiede. Ähm. Dementsprechend, ich brauche... Erstmal dann noch Bauernhöfe. Das ist natürlich etwas blöd. Ich wollte hier unten eigentlich gar keinen hinbauen. Ha. Da baue ich mal eine Kaserne hin. Mist. So, und dann baue ich mir halt doch ein paar. Weil ohne... Ohne bringt's nix. Wir brauchen mehr Holz, haben wir ja gemerkt. Ähm. So, da haben wir noch einen Öltanker. So, wir wurden noch nicht attackiert. Eine Sache, die mich leicht wundert. Aha, da kommen die Ersten. Ja, das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt echt scheiße. Kommt schon. Hey, oi, 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 oi. Sabam. Gut da. So. Ich brauche... ...definitiv ein paar von denen. Und ich brauche auch ein Update. Direkt mal die Kanonen. Oh, ich brauche da noch eins hin. Bauen wir mal eine Schmiede. Okay, wir geben mal erst mal mehr Holz. Zack. Scheiße. Alter Falter. Und da kommt das Nächste. Also, ich glaube, ich muss mir noch einen extra Hafen bauen. Ja, die Dinger sind ein bisschen... ...mega. Jetzt wenig Holz. Dann machen wir halt ein Kanonen-Update. Da kommt der nächste Kampfpot. Das ist doch ein Witz. Alter Falter. Okay, also, dass wir als erstes die Marina upgraden müssen, ist ja wohl eindeutig klar geworden. Ich brauche aber auch noch deutlich mehr Peens für Holz. Allerdings brauche ich erstmal noch eine neue Insel bald. Das war ein Nächster. Bam, bam. Schiff tot. Sehr gut. Dann brauche ich mal... ...Date hier. Nein, der kann noch. Eieieieiei. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Der ist ja auch bald platt. Jetzt hier mal noch die Nächsten. Jetzt fangen die nämlich auch schon an mit ihren Updates. Das heißt, ich brauche jetzt wirklich mal ein bisschen Panzer rum. Ich brauche auch mal die Hochburg oder so. Wäre auch mal geil. Ich könnte mal mit dem anderen Zeppelin... ...hab ich ja noch einen. Ich könnte hier mal ein bisschen scouten hier, was auf der rechten Seite noch so ist. So, Nächster. Komm, komm, komm. Nein, Fletch. Fletch ist... ...das. So, der nächste Kampfpot. Okay, da unten haben wir keine Insel mehr. Es wird jetzt problematisch. Wir brauchen nämlich bald wieder Gold und wir brauchen vor allen Dingen bald wieder Holz. So, also Zerstörung und alles sind's. Alter. Scheiße. Da geht ein Kampfpot nach dem anderen drauf. Das ist doch ein Witz. So, und das brauchen wir. Okay, wir können als nächstes die Hochburg holen. Scheiße. Scheiße. Die bauen einfach viel zu viele. So, da haben wir nochmal eine ganz schön große Insel. Aber da haben wir auch... Ah, okay. Da müssen wir definitiv hin. Das müssen wir uns einverleiten. Das ist auch noch eine schöne Mine. Zack. Wie, was haben wir denn da? Wie, was haben wir denn da? Eine Riesenkröte. Ich hab immer nochmal die Anna platt. Kann ich die eigentlich schon mal beladen? Ja, Meister. Ja, Meister. Okay, okay. Das ist doch jetzt einfach nicht wahr. Wie viele die von diesen Scheißteilen produzieren. Aber jetzt den zweiten Hafen. Scheiße, ich habe vor allen Dingen kein Holz mehr. Das ist jetzt mies. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Werner mit euch? Den weiter mal abfahren noch. So, zwei Gleichzeit-Spauen. So. Ich weiß nicht, wie wir das machen, so hier. Wir werden permanent alle platt gemacht. Ich habe gleich kein Öl mehr dafür. Andere Dinge haben sie mir auch schon alle gekehlt. So, letztes Öl, was ich habe. Muss ich mir als nächstes das Ding da oben krallen. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Alle Einheiten. Zack, 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 zack. Naja, toll. Alle abgecreated, geil. Zack, 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 zack. Ne! Was ist jetzt nicht wahr? So. Was gibt's denn? Wie soll man sich denn bitte gegen die alle wehren? Was ist denn? Du bist der Captain Zumindest machen wir gerade ein Hafenblatt Zumindest mal etwas Wenn man das von Anfang an vielleicht machen soll Das wäre, glaube ich, eine Idee gewesen Naja, wir schicken auf jeden Fall alle Einheiten dorthin Und ich hole mir auch die Pians Einfach alle mal zusammen Ja, okay, die nicht Die haben da unten nämlich, glaube ich, eh verloren Ach, was soll's Schicken wir alle runter Und gucken uns den Schlamassel da mal an Vielleicht kriege ich doch noch ein bisschen was gerettet So, und dann bringen wir die Einheiten da mal rüber So Es gibt nimmer viel, was ich hab Ich hab auch keine Zeltlinie mehr oder sowas So Das ist genauso blöd Ich hab da Meine Einheiten brauchen Ah, verdammt, ich krieg hier die Geordination gerade absolut nicht hin Sorry, Leute, also Ach du Der hier alles platt macht Wenn die die Gold sammeln Und dann bauen wir da unten Den paar Scheiße Zu spät Ja, dann lass sie einfach mal unsere Stadt kaputt machen Macht mir momentan noch gar nichts Ich baue ja gerade wieder also neu Das heißt Da bauen wir einen Hafen hin Da bauen wir noch einen Hafen hin So, sehr schön Bring mir das Gold wieder Ja Hier, Leute Drauf schießen Könnte helfen, so, Oma, irgendwie Demischen Mistbiester So Jetzt wird hier Ordentlich viel Holz gesammelt Saftsäcke So Der hat Gold Der hat auch Gold Und dann brauchen wir erstmal von denen welche Das ist fertig gebaut Immer eh Mistwirken Du bist der Kappel Jetzt da unten das Das ist fertig gebaut Wir sind der Kappel Erholen Wie bitte Mistwirken Du bist der Kappel So Wie bitte Mistwirken Wir sind der Kappel Von da unten Und da Wollen wir dementsprechend hier In der Öre raffinerieren Weil wir genügend Geld haben Entschuldigt Aber diese Mission Jetzt zieht sich ein bisschen In die Länge Einfach nur, weil ich kein Plan Hab, wie ich das hier machen soll Das ist so scheiße gemacht hier Fuck it Ja, also Die Mission wird etwas länger So, wie alle anderen Mittlerweile So, jetzt werden wir hier angegriffen Dann Einmal versenkt Scheiße 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 Ich brauch Öl Öl, verdammt Kacke Was ich noch machen könnte, wäre Katapulten Versuchen Mir bringt es nix, irgendwas anderes zu machen, außer die Pötte Also, das bringt keinem was Und dann geht halt mal ein Hafen wieder drauf Ist halt dann leider nicht anders Ich kann aber hier mal gucken, ob da noch Feinde sind Nein, sei denn nicht Aber der dämliche Kampfpot ist hier Was schlecht für mich ist So Können wir nicht bauen Wahrscheinlich jetzt eine Schmiede So Perfekt Jetzt mal mehr Gold Was mir aber immer noch nichts bringt Braucht Braucht mehr Öl So Komm schon Scheiße So Einen kann ich bauen Scheiße Der wird immer fertig Der wird auch nicht mehr fertig Kann gleich gar nichts mehr machen, Mann Seidank kann er da nicht hintreffen Das da unten müsste ich irgendwie retten, Mann Kacke Komm Nach hinne Katapult Upgrade Komm, 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 komm Schaff mal Irgendwie Die Wachlose ist dann kaputt, erledigt So Kampfpot Nächster Komm, komm, schau Ah, verdammt Ist wieder alles kaputt gemacht Ich kriege da gerade die Krise Ist das denn ein beschissenes Level, Mann Einfach nur beschissenes Level, Mann Ist das denn das Level Ahol 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 Da komm her, Ölbohr-Turm Ahol So, und Ölraffinerie dahin Und dann baue ich mir jetzt einfach x Öltanker und dann hoffe ich, dass das einfach reicht Kuck mal wieder Ahol 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 Ich hab noch nie so eine riesen Seeschlacht machen müssen. Das zwingt mir grad total aus ganz anderes ab, wie ich gewirkt bin. Ich glaub, das ist das Schlimmste an der Sache. Ich brauch nicht mehr Unmengen an Gold jetzt unbedingt. So, alle rein da. Dann gibt's jetzt erstmal ordentlich davon und dann gibt's gleich ordentlich Kampfpötte und dann fahren wir da erstmal noch ein Sägewerk hin. Zack, machen wir die Dinger platt. So kann man es natürlich auch haben. Ja, eigentlich auf der Insel selbst einigelt und dann alles andere für sich kämpfen lässt. So. Jetzt hier eine Säge. So. Zack. Hat er das noch kaputt? Den Hof, den sie gar nicht treffen. Lustigerweise. Das könnte man natürlich noch ein bisschen erhöhen. Und da werden wir wieder angegriffen. Pott versenkt. Das kann ja wohl nicht sein. Das ist doch verarschen. Ey, ist das, ist das. Kommt, die machen mir jetzt nicht meine Ölversorgung wieder kaputt. Geht doch. Kommt, Leute. Ich brauch Holz. Ihr Lackaffen. So, der Hauptkampf wird hier nämlich einfach auf dem Meer ausgetragen. Und dazu brauchen wir jetzt noch eine kleine Armada wieder. Und, äh, ja. Unter Umständen brauchen wir halt wieder Zeppeliner. Das heißt, wir brauchen bald unter Umständen auch Gold. Was dann so ein nächstes Problem darstellen wird. Ich glaube, ich hab da jetzt mit drei Gegnern zu tun auf einmal. Na, mit genügend Kampfböttern passt das erstmal. Dann brauchen wir hier noch das Zeppelin-Ding da. Dann verbessern wir noch unsere Grundeinheiten. Und dann gehen wir mit den Kampfböttern kleiner aufräumen. Dann machst du noch ein Katapult. Ich kann ja dann auch alle Einheiten einfach zu meinen Kampfböttern locken. Dann machen die die platt. Das geht ja so weit. Oh, jetzt kann ich Riesenkröten züchten. Nett. Ich glaube, ich hätte einfach nur von denen, welche gebraucht. Oh, die hatte ich noch nie. Also, für die brauchen wir uns den Zeppelin. Gut zu wissen. Hätte ich mir ja vielleicht dann Arbeit erspart, weil ich glaube, die sind nämlich so nicht zu sehen. Umso viele Zeppeline hat der nicht. Ich guck mal, ob ich da was finde. Ich hätte es mir mit diesen Riesen-Schildkröten doch deutlich vereinfachen können. Ich habe meine kleine Armada noch in Riesenkröten. Die man nicht sehen kann und die alle meine Kebenerblatt machen. Wenn ich mich dann mit meiner Kampfflussarmada da oben irgendwie platziere. Die kosten auch relativ wenig. So, wir brauchen wieder mehr Bauernhöfe, was blödes. Ich lasse die erstmals Leute alles abfarmen. Ich muss jetzt eh aufpassen. So. Gehe ich mit denen mal ein bisschen scouten. Ah, die sind fertig mit dem. Äh, ich habe doch da einen Zeppelin. Kann man da schon hin? Ist es frei oder ist es belagert? Nein, es ist nicht frei. Gut, dann schicke ich mal ein Dreikampfblatt da runter. Der Zeppelin kommt mit. Dann kommen die ganzen Frachter mal hier hin. So, dass ich mal von da unten noch holen kann. Zack. Erwicht. So. Hier oben schicke ich die mal dann rund. Und die anderen Kampfpötte schicke ich gleich mal hinterher. Ach, zu wenig Nahrung. Okay. Ah, komm schon. Weltfertig. Okay. Wir konnten ja zwar begriffen werden. Ah. Verstehe. Da können wir ihm mal sein Ö-Voräteblatt machen. Verdammt, Axt. Jetzt geht der Blaue mir mehr auf den Sack als alle anderen. So. Auch wieder Kampfpötte. Den wir da mal hier hoch. Mal da ein bisschen was kaputt. Was ist denn der Zeppelin jetzt hin? Da ist er. So. So. Mal den ein bisschen was platt. Den da auch. Ah, na gut. Da unten. Ich sehe, der Blaue ist eine größere Gefahr, was das angeht. Aber es juckt mich jetzt momentan erstmal gar nicht. Den Blauen hole ich mir jetzt. überhegt. Sie greifen uns an. So. Auf dir dieser Highblatt. Jetzt den Du-Hämmer. Sehr schön. Da. Da hast du so blatt gemacht. Da hast du blatt gemacht. Scheiße. Wieder ein Zeppelin. Ah, das sind die Dinge, die ich immer hasse. Die Damage-N-Shield-Kröten. Die sieht man einfach nicht. So. Jetzt eine kleine, schöne Seeschlacht. Ah, da ruckelt's. Soll's nicht ruckeln. Dammte Axt. Moment. So, weiter geht's. So. Wo haben wir uns die Deppen noch? Bam, bam, bam. Ah, da ruckelt's. Ah, da ruckelt's. Jetzt senken wir mal den, ihr Hafen. Dann haben wir die, glaube ich, auch schon los. Und dann haben wir es ja schon. Da unten können wir noch ein bisschen was abbauen. So, dann haben wir die Säge bald an uns gerissen nach circa halt ein Stunde oder sowas. Ja, das war nicht meine beste Platzleistung dieses Mal. Absolut nicht. So, und haben wir noch Fähren? Ich glaube, die sind alle platt gemacht worden. Die dürfen auch mal wieder da rüber. So, ein bisschen die Dinger da noch platt machen. Ah, da ist dann scheinbar keiner mehr. Dann bewegen wir die einfach mal da rüber. So, mit denen wir gehen das Auto hoch. Da haben wir wieder einen. Tür mal einfach nur exekutiert. Ah, er ruckelt. Geht doch. So, wir wissen immer. Dann kann man auch ein paar exekutieren. Bombe. So, lassen wir die auch an die schönen Chaos anrichten. Den haben wir da hin. Kann man, glaube ich, auch irgendwas kaputt machen. Äh, ja, dann kommt's jetzt eben an die Eroberung. Und ich weiß nicht, wie ich die machen soll. Ich nehme einfach mal ein paar Grunts. Vielleicht streichen die ja mit Katapulten. In dem Fall diesmal aus. Ich habe hier meine dicken, fetten Schüschen hier. Heizschutz. Auch halt unten jetzt mal fair. Und natürlich die Upgrades, damit hier meine Fußtruppen dann auch nicht so schnell wegsterben. Ich bräuchte mal wieder Gold. Was haben wir denn da eigentlich? Jetzt sollte ich mal noch einen Zeppelin bauen und den da hinten hinschicken. Verdammt. Was ist mal Nahrung wieder? So, was haben wir denn da? Aber das konnten wir alles kaputt machen. So, dann erledigt ihr das mal. Mit dem fahren wir mal nach hier oben rum. Zack. What the fuck? Ein Dämon. Du bist der Dämon. Alter. Scheiß die Wand an. Der macht mir die Einheiten platt. Krass. Okay. Gegen Dämonen helfen nur Axtwerfer. Das ist jetzt natürlich blöd. Das ist ja extremst blöd. Wo kriege ich denn jetzt diese Dämonen her? Äh. Ja, etwas gegen diese Dämonen her. Scheibenkläuster. Scheiße. Ich brauche die Axtwerfer ohne Ende. Und die bräuchte ich in ihrer besten Verfassung. Das geht dazu. Ich habe doch gar nicht. Da war der nächste Dämon. Scheiße. Die Mission ist ja mal geil. Da kommt immer wieder was Neues. So. Ja, und die müssen wir opfern. Ja, das mache ich mit euch. Da schicke ich mal ein paar da rüber. Gegen den Dämonen. Habe ich ja aber nichts. Fett. Und ich Axtwerfer. Aber der kann keine Lufteinheiten angreifen, mag ich. Ah. Ah. Dafür brauche ich die Randalera. Da nicht durchgehen. Da haben wir Shogal. Mit Dämonen, Dämonen und Dämonen. Geil. Gut. Dann müssen wir uns da also einen Weg durchbringen. Haben hier aber noch die Möglichkeit, alles mal außenrum platz zu machen. Wie ich gerade so sehe, hat er sich da nämlich gut eingebummert. Ja. Und. Das finde ich jetzt echt krass. Wir hätten so viel gar nicht reinstecken müssen. Aber wir haben auch jetzt keine Möglichkeit, noch mehr Geld irgendwo herzukriegen. Alles, was wir jetzt haben, muss reichen. Das heißt eigentlich für mich, die ganzen Pions dürfen sterben. Dann nehmen wir nur Futter weg. Das brauche ich gerade. So stark sind sie auch gar nicht. Ich sollte doch die Upgrades meiner Axtwerfer drauf haben. Bleib da, damit ihr die Pions gekillt kriegt. Mann. Stehenbleiben. Und steh. Alter. Ich dachte alleree schon, dass die Dinger so richtig stark sind, aber... Ein bisschen habe ich mich da wohl geirrt. Das ist ja eh wie stark sind sie im Spannung. Dann die Persagerausbildung. Dann die Persagerausbildung. Dann probieren wir uns mal die Randalierer von da unten. Dann haben wir die sechs Axtwerfer. Dann schauen wir mal, wie stark die sind hier in die Dämonen. Die Erholung könnte ich noch einhauen und halt hier ein paar bauen. Hier unten brauche ich die Randalierer. So. Da bringen wir den ersten Dämonen... ...einwitzenden Axtwerfern. Ah, der Dämonen ist ja ein Witz. Ihr seid einfach nur eine Flugeinheit. Geil. Geil, geil, geil. Okay. Sprengen wir uns den Weg. Da, frei. Zack. Und rein da. Schu-geil, schu-geil, schu-geil. Fuck. So, dann stellen wir da die Orks auf. Da die Axtwerfer. So. Da bräuchten wir vielleicht mal einen Weg für die Katapulte hoch. Und da platzieren wir noch die. Die dürfen wir gleich mal ein bisschen scannen. Bam. Das war schon geil. Den hat's schon zerlegt. So. Das müssen wir da zum Gewinnen wahrscheinlich alles platt machen. Hm. Das könnte jetzt auch einfach wieder ewig lang dauern. Ich denke, den Part spule ich dann ein bisschen vor. Bis das hier alles passiert, was hier gemacht ist. Wir sind morgen ja noch nicht fertig, oder? Ah, geil. Könnte gehen. So, dann haben wir noch was. Hm. Aber sonst ist da irgendwas. Ah, da haben wir doch sogar noch eine Fähre gehabt. Da haben wir auch noch drei Pienz. Oh, nötig sind. Dann bauen wir uns mal ein paar Katapulte. Bring die da hoch. Dann bauen wir uns mal ein bisschen mit den Einheiten alles platt. So. So, einmal da bitte. Da bitte. Da bitte. Okay, so in der Masse sind die Dinger dann doch ein bisschen stärker. Und ich hab nimmer viel Gold. Verdammt. Ich hab echt nimmer viel Gold. Was war denn das? Hab ich noch was. Aber hier ist ja ein Dimpfes Auge. Jo. Da brauch ich doch noch ein paar Troika. Was steht da noch? Death Knight. Fähre. Da haben wir noch Katapult. Reparieren geht das? nicht okay Puh Scheinten sich alle Dämonen ausrotten Ja, besiege die Clans Verdammt Was ist das denn da? So, da haben wir 6 Den mal hoch und nehmen das Katapult auch mit bisschen was haben wir hier noch Aber von den anderen müsste jetzt Finish sein Scheiß, da ist Neid So Jetzt hier alles platt Und das könnte halt dauern Dann bauen wir noch ein Katapult Das könnte er doch packen, oder? Zack Ah, verdammt Kommt der jetzt? Sie reifen uns an! Ha! Knappe Angelegenheit Waren wir mit denen mal da alles platt Dann bauen wir noch einen Parks-Kämpfer So, da haben wir noch einen Wie viele Gegner haben wir denn noch? Zwei Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ja, wir haben noch ein bisschen was an Gegnern da stehen Wenn wir das aber gut machen, dann kriegen wir die mit den Kampfpattern Sollte das kein Problem sein So So Dann machen wir da hin Irgendwo haben wir doch noch einen, genau So So Da eine Ladung Katapult drauf Sehr gut Ohne Verluste Da oben locke ich sie halt einfach an Waren da denn noch welche? Da Genau Die muss ich einfach anlocken So So Dann muss ich die noch da irgendwie herkriegen Und das ohne die eine etwas verlieren, was ich keine mehr bauen kann Und dann haben wir noch zwei Das war's dann aber Das heißt, wir machen so einen Running Gag Lampieren Den hauen wir da hoch Jetzt hätte ich die anderen zwei noch einladen können Ah, ich krieg hier nix koordiniert Sorry Leute Die Mission ist für mich echt ein bisschen crazy Die macht's mir nicht einfach So Jetzt machen wir hier ganz einfach Pien raus Pien rein Zack Erster Tod Zack Zweiter Tod So kann man dies haben Oh Wieder beide Kampfplatte Zack Mal den Blatt Oh, da haben wir noch Zerstörer Du bist weg Du bist weg Du bist weg Dann haben wir da ein Katapult Immer ich Ah Du bist weg Ahoi 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 Na, wo ist er hin? Oh Gott, was sucht denn das da oben? Was sucht denn das da oben? Immer ich Ah Halleluja Äh, haben wir ihn gekommen? Oder sollten Da ist noch ein Doomhammer Packen wir mal an den Hafenbarblatt Landen da mal das Katapult raus Also da mal Katapult da hinten draufhauen Zack Ha! Katapult-Action, yeah! Justice-Style. So, nochmal da hoch. So viele haben wir immer. So. Lassen wir die da oben, weil sie andere Blödsinn machen. Und kümmern uns mit dem Dicken. In den Turm hier. Und um den da. Komm, schieß, schieß, schieß! Ja, Gott sei Dank. So. Und dann nur die restlichen Gebäude. Jetzt sollten wir keine Einheiten mehr verlieren. Und dann haben wir es geschafft. Gott sei Dank. Also diese Mission hat mich jetzt echt mal ordentlich ein Schwitzen gebracht. Sehr wenige Ressourcen, wenn man so betrachtet. Muss man wirklich richtig ausnutzen. Und dann hat man halt einfach das Problem, dass wir so... nicht unbedingt Einheiten-Limit haben, sondern Einheiten... Boah, fuck! Fuck, fuck, fuck! Fuck! Okay, mit dem Kapitän! Ach Gott, äh, Gott sei Dank habe ich doch noch zwei Einheiten drin. Scheiße, der Halt und was! Oh ne! Oh ne! Scheiß, Zeppelin, warum hast mir das nicht gezeigt? Scheiße! Die ganze Einheiten tut da... Ah! Da will ich nur zwei Einheiten für da die drei Gebäude platzumachen. Weil der Kampfpott nicht drankommt. Uäh! Wer schon mal abschalten will oder weiterscrollen, kann das ja gerne tun. Ich muss mich damit leider erstmal noch abklagen. Was schicke ich denn jetzt da hoch? Ach, scheiße! Ja, da flieh, was ist denn das? Folgt dem mal. Das ist ja auch mal geil. Da lebt noch so ein scheiß Vieh. Ha, und da ist auch ein Ölbohrturm. Das sind sogar noch zwei von denen. Komm, wir kümmern uns erst da oben drum. Dann können die anderen beiden wenigstens das machen, wenn wir auf Bootsjagd gehen. Geil! Scheiße! Also da hat er knapp gewonnen. So. So, weg mit denen. Oh, der kann das Ding angreifen. Tatsache. Kommt auch an den da hin? Glaub's nicht. Oder? Ja, doch. Jetzt auch ein bisschen schneller. Müssen die nur noch klein die Kaserne platthauen. So, Kaserne platthauen. Und mit dem gehen wir dann jetzt mal auf die Suche nach den verschollenen Booten. Da mal einen. Schick mal meine da komplett auch noch mit suchen. Weil irgendwo muss ich die erfinden. Da ist er. Ach Gott, der ist viel zu schnell. Wir sind ja mal viel zu schnell. Machen wir mal den Ölbohrturm weg. Vielleicht haben sie dann auf, 10.000 Jahre rumzufliegen. Oh, nee. Müssen wir die jetzt echt noch suchen. So, jetzt. Da ist er. Nein, zerstöre ihn doch. Puh. Scheiße. Jetzt muss ich die dämlichen Dinger da abpassen. Ich glaub's ja nicht. Oh, das ist sogar noch einige. Ah, er hat auf zu flüchten. Kampfbots ist einfach viel zu langsam dafür. Zwei fehlen noch. Gott sei Dank kommen sie immer wieder her. Aber die haben echt einen Hänger. Kann der einfach stehen bleiben. Jetzt ist mir sowieso noch einer. Da kommt die gleich wieder. Das hat er nicht getroffen. Ah. Tschüss. Ja. So, einer fehlt noch. Wo ist er? Wo versteckt er sich? Wo versteckt er sich? Ich... Wäre ich gesagt, keine Ahnung. Ach, Quatsch. Da steht ja sogar noch was. Ich hab den Hof vergessen. Da versteckt sich ja gar keiner mehr, oder? Einmal da runter, einmal da runter, einmal da runter, einmal da rüber. Wo rennt denn die jetzt hin, ey? Wegfindung für... für den Arsch. Komm schon. Da ist er lang, genau. Und dann haut er mal noch schnell den Hof weg. Zack. Ich dachte, das waren drei vorhin. Oh, ich bin verwehrt. Ich bin mir drei von diesen dämlichen Ötankern über den Weg gelaufen. Oh, das Gehüft ist tot. Und Sieg. Ja, endlich. Ach, Gott sei Dank. Und in den Rang des Meisters erworben worden. Alles klar. Dann, äh... Bis zum nächsten Part. Bis dann, Leute.